Leute, heute raten wir Preise mit der Vanessa und es hat schon begonnen, also müssen wir uns beeilen. Brand neu. Ja, wie ist denn gebraucht mit einem Verkauf oder was? 6 Flasches? Wie viel kostet bei euch die Flasche 7? 7 Euro ungefähr. 7. Durchschnitt. Muss ich mich jetzt eingeben? Uuuuh. Mega, wenn wir das mal mal rechnen. 21.50, nicht schlecht. Unfair. Du lügst, du schommeligst. Du schommeligst, damit ich nicht gewinne. Wahrscheinlich. Ja, wir müssen es endlich wohl wieder auf. Ok, eine Bohrmaschine. Oder ist ein Akkuschrauber? Ist ja das selbe, oder? Scheiße. Ähm. Jo. Gebraucht. Wie zahlt man dafür? Hehehe. Als ob? Wie viel zahlt man sonst, wenn es nicht gebraucht ist? Ich glaube, der kann schon bis zu 80 kosten, oder? Wenn es ein guter ist. Keine Ahnung. Habe ich noch nicht gebraucht. Was ist das? Das sind Glocken, oder? Das sind Glocken, oder? Eierglöckchen sind das? Brandneu. Eierglöckchen. Ich weiß nicht. Scheiben wir für ein Glöckchen. Ach, das ist auch nicht. Ich glaube nicht so viel. Alter, wann er so 22 Euro für so ein klein Schuss. Jo, wahrscheinlich. Die haben mir hochwertig ausgeschaut. Und da es so viele sind, hätte ich mir das nicht gebraucht. 5,95 Euro. Du kannst auch noch hinten Cent schreiben. Oh, ein Parfum. Bälle. Bälle. Entweder liege ich richtig, oder ich liege total falsch. Geht das mit dem Preis drauf, oder? Ich weiß nicht, was der Preis ist. Das ist das Problem. Scheiße. Was? Wir haben alle... Nein. 60 Euro. Trigger. Das hat aber echt verwirrt. Trigger. Geil Simon. Du brauchst mir einfach schummeln. Hast du schon viele Punkte? Ist das eine Handyhülle? Lädt die auf, oder ist das nur so ein Schutzding? Handyhülle? Oder ist das das Handy? Boah. Ist das Handyhülle? Nein, ich weiß nicht. Ratu? Gebraucht. Wahrscheinlich das Handy, oder? Ja, Handy. Ah, ich habe trotzdem Punkte gemacht. Ich bin näher. Mit 25 Euro? Oh. Oh. Oh man. Einfach mal wieder nach. Das ist einfach der Fehler nach. Ich will dann noch mal. Ich war vorher so gut. Wahrscheinlich. Das ist ja ein Kühlbeck, oder? Ach so. Digga kostet das nicht mehr. Nein! 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 Oh, also der Fassdreck. Einmal wieder mit Produkstamps oder lieber ein bisschen mehr. Alter, ich seh auch, das ist das Teure. Ich kann nicht mehr. Ich scheiße mich an. Eine Drohne. Uuh, Drohne. Neu. Neu. Kostet es wirklich. Wenn dann noch mehr. Aber wenn die jetzt wenig... Das gibt es nicht! Ah, ich krieg mehr Punkte als du. Ich habe gar keine Punkte gekriegt. Sie ist doch neu. Ich dachte, 200 Drohne kostet 1200. Ja, ich weiß nicht wie viele Drohne kostet. Nein, 1000 Drohne kostet. Was ist das? Das ist kein Glas. Ich habe auch gefragt, was ist das? Ach so. Das soll doch nicht so groß sein. Ist das nicht Wolle oder sowas? Ich weiß nicht. Warum schätzt du gut? Warum? Weil ich das Geld ausgebe im Endeffekt. Ah, lustig. Beko ist das? Alles klar. Arzneimittel. Ist das jetzt ein Buch? Lehrbuch. Ja, es steht Lehrbuch drauf. Warum helfe ich dir eigentlich? Ich weiß nicht. Ja. Ach Gott. Ja, die kosten immer ein bisschen so Bücher. Ja, das ist doch wie ein Handbuch. Nein, das ist ein Literaturbuch. Taschenbuch. Taschenbuch wollte ich sagen, nicht Handbuch. Uuuuh. Oh, oh. Das ist unfair. Nein, das ist nicht unfair, weil es gebraucht habe ich keine Ahnung. Wie viele kostet es neu? Also die große, die ich habe, hat 900 Euro neu gekostet. Nein, kann ich gar nicht. Und das ist eine kleine, also weiß ich nicht. Boah, ich habe keinen Plan. Ja, schau. Du bist auch 150, geil. Du schaust einfach im Stream ab. Ich habe nicht geschaut, ich schwöre. Sonst hätte ich davor auch schon besser abgeschnitten, Simon. Glaub es mal. Halt die Linse. Oh, noch eine. Das ist wirklich nicht. Die ist heiß. Ist das jetzt mehr als vorher oder genau dasselbe? So viel mehr wirkt es nicht. Aber warte mal, da steht. Oh, da steht wieder gebraucht. Es kann so verschieden sein. Oh, wahrscheinlich. Oh mein Gott, ich bin besser. Nein. Nein. 520 Euro. Schau, für so eine kleine. Ich habe eine große. Ich glaube, die hat 900 Euro kostet, oder? 1200 Euro. 900 Euro, glaube ich. Ja, aber da war sicher neu. Ja, meine war neu. Was ist das? Also, okay. Fußballkarte. Ach so. Ja, mein. Ich habe gerade nicht gecheckt, was das sein soll. Ich gehe da. Also, sie haben ja das genauere. Vanessa, ich bin näher dran als du. Schön für dich. Also, wenn man das genauere, kriegt man auch mehr Punkte. Also, umso genauer du bist, desto mehr Punkte kriegst du. Umso weiter weg, desto schlechter. Du hast doppelt so viele Punkte, was sehe ich. Perfekt. Mann. Was ist das? Sind das Steine oder Korallen oder? Ich weiß nicht, wie viel zahlt man für sowas? Weiß ich auch nicht. Als ob... Als ob du für sowas... Ah, Mann. Silber. Ja, Silber. Das würde ich vielleicht verstehen, aber... Sonst will ich nicht zu viel zahlen. Alles hässlich. Das würde ich auch nicht kaufen. Was ist das jetzt nochmal? Ram wahrscheinlich. Was ist Ram? Das sind doch Ram-Dinger für einen PC. Genau, ein Ram. Arbeitsspeicher. Und wie viel kostet das so? Weiß nicht, ich hab für meine... 110 Zahlt. Oder? 150. Wie viel hast du? 16. Äh... Weiß ich nicht. Fuck. Der... Juuu. Alles klar. Das ist unfair. Dann müssen wir schnell... Ist es das? Ist es das? Ist es das? Habe ich recht gehabt oder nicht? Damit so Mega-Pippen kommen. War leiser. Was? Habe ich recht gehabt? Was recht gehabt? Was? Ops. Ramba. Ähm... Batman. Spielzeug. Kann ich nicht einschätzen. Zahlt mal für so ein Spielzeug. Also weiß ich nicht. Oh man. Einfach besser. Das war die letzte Runde, oder? Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt etwa gewonnen? Mit... Fast doppelt so vielen Punkten. Ja, aber ich hätte die Folge aufnehmen müssen. Weil dann war ich ihm einiges. Jooo. Das war die Einspielrunde, Vanessa. War es so gut. Perfekt, Alter. Erster Platz. Leute, ich hoffe... Ah... Ich. Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Like und abonniere nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich kommt dann noch ein Video, was wir jetzt aufnehmen. Tschüss.